hallo und recht herzlich willkommen zurück aus erzerlingen jawohl nächste station und die wir ansteuern ist herzhofen die reise geht eigentlich direkt los brauchen wir gar nicht lange rumfackeln ja genau let's go zum nächsten stand dass wir nach herzhofen müssen gerade beim umschalten haben wir dieses bieten drin von schwert und schild absteigen doppelkampf kommt doppelkampf mit kadabra und hundemon let's go doppelkampf mit kadabra und hundemon ich würde sagen das war ein volltreffer den volltreffer geben wir zurück besiegt keinen funkenschwung mehr für das kleine ächtern ich habe erreicht 23 ist somit auf einem level mit dem gesamten team und und Das war's für heute. Das ist ein super Trank. Wir müssen durch den Kraterberg durch. Wir haben einen kleinen Stein gegen unseren Hundemann. Das ist ein bisschen gescheuert bei uns. Das ist ein bisschen gescheuert. Staravi erreicht Level 24. Staravi 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 Das war's für heute. Doch, es gibt es schon, was hier hochzukommen, würde ich sagen. Es kann nicht sein, dass es hier keine Möglichkeit gibt, hier hochzukommen. Okay, ich habe es Matthias. Drei Pokémon, Level 15 wahrscheinlich. Ähnlich. Ähnlich. Ich habe mal Jochen. Ich mache das neue Spielraum. Frage, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Richtung wir dann kamen nach Schleid, ich dachte, dass wir von Norden kamen. Warte mal, ich will kurz auf die Karte schauen, ich weiß nicht mehr, ob wir über Herzofen damals gelaufen sind. Doch, wir geben die nach Herzofen, das passt schon, weil wir haben, wo sind die Karte? Apropos, warte mal. Wenn wir schon hier sind. Cognodon Cognodon, das Kopfstoß-Pokémon, Typ Gestein, Größe 0,9 Meter, Gewicht 31,5 Kilogramm, vor ungefähr 100 Millionen Jahren lebt es im ursätzlichen Dschungel, sein Schädel ist hart wie Eisen. Cognodon, Pachi, Cephalosaurus, Dracorex, irgendwie in die Richtung. So, das heißt, wir haben neues Pokémon dabei, und zwar eins vom Typ Gestein, haben wir auch noch nicht im Team, ne, es ist weiblich, oh no, gut, das bleibt sowieso nicht im Team drin, aber trotzdem. Okay, da kommt noch eine Kaxle hin. Dann haben wir Glück gehabt. Und, ne, die verließe mir, glaube ich, Kampfpsycho. Cognodon erreicht Level 5. Ah, das halte ich. Gut, machen wir hier drauf, das ist gut. Und. Und. Ja. Wanderer, haben meistens Gesteins-Pokémon mit dabei. Darf ich ihnen gefallen? Viermal. Okay. Okay. Toch 0 erreicht level 8. Was ist das? 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 Pukewiki Kraterberg So viele Pokémon Was ist das? 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 Galaktik Was ist das? 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 nicht machen wir müssen wir daraus sind wir schon in herzhofen eigentlich gute 208 so muss ich mal schauen was hier von pokémon gibt vier trainer und pokémon mäßig die fass ist schon soweit haben die fachschung glaube ich werde nichts gegen scaraborn ehrlich gesagt eine zeit lang im team generell pokémon ist eigentlich aus meiner sicht viel zu wenig wertschätzung bekommt manchmal eine mega entwicklung eigentlich äh stopp Calabra, Level 24, kommt nur so ein Level 9 Das heißt, wir werden in der nächsten Folge in Herzhofen ankommen Luxurreicht, Level 25 Neuling, auf die Uscha wird das klappen, ne, mit dieser Folge in Herzhofen Schauts gut allein Maholo Passt perfekt Der Poker war da unten immer noch mit Da hoch können wir noch nicht Da hoch können wir noch nicht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss